Wenn das so wäre und ich einfach frei wählen könnte, dann würde ich mir ein Boot kaufen und einfach lossegeln, einfach die Leinen loswerfen und raus aufs Meer. Also ich fand irgendwie, hat sie viel zu wenig Erfahrung dafür. Mein erster Eindruck von Carl, hm. Einfach alles ziemlich eklig und irgendwie vermodert. Ich habe mich überrascht, um zu geben, um zu geben, um zu geben, um zu geben, um zu geben. Das ist Karl, Karl, Karl. Our engine just broke down. I repeat, our engine just broke down. Can you read me? Over. Nika, I understand you're having a little difficulty. Over. Dass sie immer wieder es schafft, sich ein neues Ziel zu setzen und da dran zu bleiben, ist schon ein bisschen nicht großartig. Holy shit! Ich sah schon immer jemand, der Dinge gemacht hat. Okay! Ich habe mir gedacht, dass ich die Bauten bin. Ich habe gedacht, dass ich's einen Bauten bin. Ich dachte, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt noch einen Bauten. Es ist ein Bauten. Es ist ein Bauten. Ich habe das Bauten. Vielen Dank.